Und wir feiern unser Leben! Zu derselben Uhrzeit, bei uns im Siegel, die letzte Nacht. Und jetzt wird's emotionaler! Durch das Getränke der Menschenmenge, bahnen wir uns den altbegründeten Weg. Und wenn Meister ein Stückchen weiter ist, den Eingang ein bisschen zur Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um es zu trinken. Wo wir gehen, wenn man schon wartet, um mit euch zu starten und abzugehen. So, Freunde, wir haben eine Chance! Altaria-Lieb-Wiese! Alle, die sind gewaltig! Durchsundetion, endlich schreit! Das wird los! Altaria-Lieb-Wiese! Alle, die sind gewaltig! Und dann haben wir noch immer Zeit, in dieser Nacht und der Stern. die uns auch viel verständlern! Erleben wir als Beste! Ich er miracles! Komm und title, ist die Hinsicht! Merlin! Wo sind die Hände? Ist kein Ende in Sicht und wir klatschen! Verstehen? Ich hab's ja verstanden. Ich hab's verstanden und ich frag mal ganz kurz. Aus Anstand war ich ganz kurz. Haben wir hier einen Fan von Borussia Dortmund? Alter! Du bist aber mutig, ne? Du bist aber mutig, warte. Ja, ist ja gut. Haben wir Fans vom HSV hier? Wo sind die Fans vom SV Werner Bremen? Alter, steht! Haben wir Fans vom FC Bayern München hier? Alter! Wo sind denn die Fans von Hannover 96? Ja, also geht doch, Freunde. Ich war übrigens letztes einmal im Pokalachtelfinale gegen Deutschland.